Was ist die IEC-Konformitätsbewertung? Dies kommt nicht nur Betreibern, Querstrich-Verbrauchern zugute, sondern eben auch Herstellern, die somit nahezu einen offenen Weltmarkt mit geringst nötigem Aufwand vorfinden. Anders gesagt, man möge sich nur vorstellen, dass ein Hersteller für sämtliche Länder der Welt, in die er sein Produkt liefern möchte, deren Anforderungen zur Produktfreigabe erfüllen müsste. Genau hier setzen die IEC-Konformitätsbewertungssysteme an. Sie eliminieren diesen Aufwand schlichtweg, indem sie etwas Einmaliges schaffen. Eine Prüfung, ein Zertifikat, weltweite Gültigkeit.